servus und hallo ein kurzes info video zur sieming challenge wenn dieses video rauskommt sind es noch ungefähr 36 stunden die ihr zeit habt um eure beiträge hochzuladen wer jetzt noch nichts mitbekommen habe von sieming challenge und um was es geht unter infos möchte ich verlinke euch alle infos dazu mal in der video beschreibung dann wie geht es weiter im zeitraum zwischen dem 11 dezember und dem 15 dezember wird es zu jedem eingesendeten beitrag ein info video ein vorstellungs video geben allerdings von mir um kommentiert einfach nur zum ansehen wird einmal tag und einmal nacht wird die bahn dann gefahren mehr nicht dafür jeder beitrag einmal nur um die her zu zeigen und das auch zu würdigen wer sie da eine die arbeit gemacht hat und was gebaut hat und ihr könnt gerne kommentare schreiben was euch gefällt an der bahn was nicht bitte keine beleidigungen oder so ist eh klar die werden natürlich gelöscht und auch in diesem zeitraum wird eine bewertung stattfinden der bahn und zwar nicht von mir allein die last möchte nicht alleine auf meine schultern tragen zu sagen was gut ist und was nicht und auch der fairness halber werden alle eingesendeten beiträge von einer jury bewertet die schwierige besteht aus fünf personen also mit mir sind fünf personen und es wird so ablaufen dass jede person jede bahn mit punkten bewerten kann zwischen 0 und 5 und daraus ergibt sie eine gesamtpunktzahl und so wird der sieger dann ermittelt ich habe mir gedacht das ist es am viersten und ja das war es auch dazu schon wieder der sieger wird dann so ungefähr um den zwanzigsten rum und genauen themen die wir natürlich nur auf twitter bekannt wird es ein video geben wo nochmal weiß nicht wie je nach je nachdem wie viele beiträge eingesendet werden werden entweder die besten drei oder alle oder ich weiß es noch nicht vorgestellt mit der punkte wertung die sie erhalten haben und das sieger ermitteln und der beziehungsweise die sieger es gibt ja zwei kategorien werden ihren preis dann noch vor weihnachten erhalten ja das war es eigentlich fürs erste mit infus wie es weiter geht ja wenn ihr nur fragen habt ab damit in die kommentare ansonsten sagen vielen dank fürs ansehen und ich bin schon sehr gespannt was alles an beiträge kommt servus tschüss und bis zum nächsten mal